Weitergeanwaltet in diesem lustigen Spiel, das sich da Outerworlds nennt, Miridanus Dilzi. Wir stehen vor einem Anwalt, was so ziemlich das zweitschlimmste ist, was ich mir vorstellen kann. Allerdings hatte er gute Mann einen Auftrag für uns, also vielleicht war es doch gar nicht so schlimm. Wir sind bei dem großen Mysterium nicht besonders weitergekommen, weil ich mich natürlich wie immer von Nebenquests habe aufhalten lassen. Aber, 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 ich kann Fragen stellen. Zum Beispiel, ich habe noch nie was von Forrest Mills gehört, aber ist egal. Wir fragen erst mal, was der Anwalt hier draußen macht. When the going gets tough, the lawyers start going. Some farther than others. I've been a junior lawyer for coming up on 20 years now. And quite frankly, I'm getting old. Hopefully there will be enough legal kindling out here to fuel my firm for a while longer. And if I find that kindling, I stand to finally get my raise. Was? Also er ist seit 20 Jahren Junioranwalt und er würde gerne, er merkt gerade langsam, dass er älter wurde, und er würde gerne mal aufsteigen. Und das heißt, und er sucht halt irgendwie nach, nach irgendwie Sachen, für die er rumklagen kann, damit er dann endlich seine Beförderung kriegt. Dass seine Firma anscheinend nicht so gut läuft, dass er seit 20 Jahren Anwalt ist, und dessen wahrscheinlich sich überhaupt keine Beförderung leisten kann, ist ihm anscheinend noch nicht zur Idee gekommen. Na gut, weiter im Text. Okay, Herr Forrest Mills. Er sagt, er ist in einer großen Operation, das ist, die stellen Möbel her, er arbeitet quasi für Ikea. Na gut, Zusammenarbeit. I did. You see, Rizzos has been advertising a contest in the Puzzle-Hedges. Whoever gets to the center first, gets a bottle of the first Spectrum ever made. The Spectrum Original. My interest, however, lies with the associated promise. The chance to attend the Spectrum Brown unveiling and meet Halcyon Helen. Äh, das ist jetzt ja witzig. Also, was er meint, ist, es gibt hier einen Wettbewerb, dass er jetzt erst das Innere erreicht kriegt, die erste Flasche von Spectrum-Wodka, die jemals gemacht wurde, und darf die Enthüllung des Spectrum-Browns mit Halcyon Helen teilnehmen. Also gibt es eine Karte für. Wenn man davon abgesehen, dass es bereits passiert wäre zu diesem Zeitpunkt, ist es natürlich auch witzig, dass er anscheinend nicht möglich gerichtet hat, das Halcyon. Wir müssen uns wahrscheinlich nicht fragen, ob er Halcyon Helen in letzter Zeit gesehen hat, oder? Ich meine, er hat es ja anscheinend nicht mitgekriegt. Wie lange ist er schon in diesem Labyrinth? So viele Fragen. Ähm, Helen ist tot, aber Jesus hat den Werber nie auf das Herr abgesagt. Äh, du musst ja nicht große Helen fassen. Ich bin hier nur, ähm... Du musst ja nicht große Helen fassen. Ich hoffe, ich kann das danach noch fragen. Nein, eigentlich fand ich Helen mehr inkliert, die Szene zu verbrechen, als die meisten rohlen. Aber ihr Fassett der Contest ist das, was mich die meisten interessiert. Weil, mit ihr tot, diese ganze Contest ist ein Verbrechen. Rizzo, wie du siehst, können nicht mehr gut machen, dass sie Menschen treffen können, dass sie Helen treffen. Aber die Contest hat nicht mehr gegründet worden. Das bedeutet, dass ich sie zur Stimme bringen kann. Mit der Spektrum-Original-Bottle, die in den Zentrum der Puzzle-Hedges liegt, habe ich alles, was ich brauche, um Rizzo zu verbrechen, für all ihre Worte. Das ist, wo du kommst. Ah ja. Okay, warte mal, ich möchte mal kurz... Ja, ja, tschüss. Ich lade noch mal kurz, weil ich das... Ich möchte diesen Dialog mit genau diesem, äh, mit dem Dings haben, mit dem, äh... Also was er gerade gesagt hat, ist, sie haben den Wettbewerb nie abgesagt und deswegen kann er sie verklagen, wenn er die Flasche hat, weil er heißt, den Helen ist tot, sie können es also gar nicht erfüllen. Und deswegen möchte er klagen. Somit, ich klicke mich bis zu diesem Punkt nochmal durch. So. Helen ist tot und Rizzo hat den Wettbewerb erfüllen sie nie abgesagt. Naja, also er möchte, dass, das weiß ich gerade schon, er möchte die halt verklagen. Naja, also das ist, äh, Rizzo ist auf dem Weg nach unten. Und wie und wie alle Firmen, und wie habe ich das Gefühl? Und das, 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 das freie Punkt daraus zu geben ist, entweder weil sie versuchen wollen, wieder Einfluss zu gewinnen, oder aber, weil ihre Marketingabteilung besonders rachsüchtig ist und warum hart für Arbeit arbeiten, wenn, äh, warum harte Arbeit investieren, wenn er Sabotage nur halb so viel Arbeit braucht und, und, und ein Viertel der Mühe erfordert. Na gut, warum möchtest du die verklagen? Ich dachte, die sind auf dem Weg nach unten, haben die überhaupt was zum Verklagen? Technically, I sue not on behalf of Forest Mills, but for my own benefit. In Arbitration, it might be difficult to argue that this contest is designed to slight Forest Mills. However, as it so happens, if my lawsuit takes a chunk out of their savings, then I can collect while also damaging their capital. It's a mutual win. I make millions, Rizzo's falls further from the board's good graces and Forest Mills' products look that much more valuable compared to Rizzo's trash. What? Und ich stehe noch, also, das, 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 was? Also, er klagt für dich selber, aber das gibt tatsächlich relativ viel Sinn, weil er kann, er kann ja wohl kaum Schaden für Forest Mills' Geld machen, weil das ist dann doch ein bisschen zu sehr abgehoben, dass er klagt da für sich selber, aber er würde dabei Millionen verdienen und seine Firma hat auch den Vorteil, dass die dadurch besser dastehen, weil Rizzo's weniger Geld hat. Anscheinend machen die Millionen für so einen großen Konzern so richtig viel aus. Also, so pleite sind die schon, dass so ein kleiner, so ein kleiner Betrugsfall, die jetzt schon irgendwie finanziell tatsächlich schadet und dann sieht Forest Mills auch irgendwie besser aus. Wie auch immer das funktioniert, weil das ist ja auch irgendwie unlogisch, weil die haben doch kein Geld. Ich meine, hä? Ich dachte, die haben kein, also, mit anders. Ich denke, sie verkaufen Möbel und nicht hier essen. Na gut, ähm, ich will nicht, wenn du so meine Hilfe brauchst, ist doch nur in den Urgarten, oder? Navigate the maze is normally no easy task. Rizzo's has no interest in giving their property, however old, away for free. Come on, Captain, it'll be fun! Not like they got Mantequins waiting around the corner or anything. I'm glad you're feeling confident, but this maze is deadly by design. And if that weren't enough, Zimmerman and Navarre don't want anyone sneaking away with their prize. The place is mined and rife with murderous mechanicals. Äh, hä? Also, der, die ganze Bude ist nicht so harmlos, wie man meinen möchte, sondern, also, Rizzo's möchte ihren Schatz doch nicht weggeben. Und der ganze Ort ist, ist, ist voller gefährlich Sachen. Zimmerman und Navarre sind auf jeden Fall dagegen. Und es gibt, äh, gefährliche Roboter, die rumkriechen. Na gut, ähm, hat das sonst noch jemand darauf abgesehen? Äh, hä. Also, er wollte es ihr geben, aber sie, also, es gibt zwei Leute, die eine hat noch nie einen Originalgedanken gemacht, und wollte das Zeug irgendwie für sich selber ausgehen. Und die andere Person, äh, möchte das Ding auf jeden Fall auch für sich selbst haben und ist noch nicht auf Diskussionen eingegangen. Obwohl er eigentlich vorhatte, da ein Deal zu machen, aber ein Deal war anscheinend nicht drin. Na gut, ich beschaffte den Preis. Exzellent. Ich freue mich, endlich zu sein, zu fokussend auf legalen Themen. Ah, ja. Und schau dir ein Blick auf die Kompettigte. Die Wahrscheinlichkeit sind, dass sie auch die Originalgedanken schauen. Ich meine, wie groß kann dieser Scheiß gerade noch nicht sein, ne? Also, übrigens, es gibt einen großen Trick für so, äh, Labyrinthe. Der besteht darin, ach, guck mal, da ist er ja schon. Salina, die Sammlerin Navarre. Ah, ja. Salina. Das Saltuna-Zeug. Noch mehr Quick-Save. Äh, der Trick bei Labyrinthen ist, wovon ich das vergesse, immer am Rand zu laufen, ne? Weil dann läufst du an sich das ganze Ding immer ab. Das macht's halt recht einfach. So, grüß dich. Grüß dich. Hast du dein Auto-Mechanical zu den Service-Technikern letztendlich gebracht? Was? Was ich gerade habe, das klingt ziemlich banal, dennoch gekürzt genug, um meine Passprache zu sein. Irre ich mich? Clever, nicht wahr? Wir sollten sich vorsichtig machen. Verzüglichen wie diese, könnte ein Körper in viele Probleme bringen. In any way, forget it. Du bist nicht die Person, die ich mich für. Ah, sie sucht nach einer Person. Das ist ja schön. Gut, dass ich auch so viel Wahrnehmung habe für sowas, ne? Ähm... Tja, was willst du? Wo willst du das wissen? Ah ja. Sehr... I take offense to that. I think. What? Sie ist ja wirklich nicht. Sie ist ja jetzt die Kerze. Also sie hat auf hier irgendeinen Gärtner gewartet, der Informationen gibt und ich bin sie offensichtlich nicht. Na gut. Ah, jetzt verstehe ich. Du bist mit einem Preis des Zentrums Irrgattens hinterher. Shh. Nicht so laut. Ah. Dammit. Ich glaube, du kennst es schon. Ich bin in der Wahrnehmung für den Preis. Du hast mich gefangen. Tja, am Thema lade ich habe bereits verstanden, dass wir hier auf jemanden anders aufzuhaben. Und wenn du auf die Flasche, die dir keine Einlass auf Privatflaschung gebe, warum bist du denn hier? Sie fragt, aber ist es noch gar nicht aufgekommen? Ich bin froh, du bist nicht die Einzige, die es darauf abgesehen hat. Nein. Es gibt einen Bordenspferd, der sieht einen einfachen Payday, mit dem zu erinnert. Aber er ist gar nicht wert, zu erinnern. Ich habe auch kurz mit einer optimistischen jungen Frau, die das Original-Verschein als Sprengbord für aufwärtsmobilität benutzen. Es ist besser, als es zu erinnern lassen, aber trotzdem nicht ideal. Was Interesse habe ich in einer Erinnerung? Ich sehe nicht viel in der Weise von Serialen. Und Crowds only make it easier for people to get behind you. I'm after the Spectrum Original itself. And not to drink. Have you noticed that there's no trace of anything the corporations have done in the past? In fact, this contest for the original is the only time I've ever seen a corp refer to a prototype product not currently on the market. And why isn't it on the market? Indeed. das gefällt mir schon eher. Also, sie meinte, dass das, sie meinte gerade, dass das ein bisschen auffällig ist, dass die Firmen haben anscheinend keine Vergangenheit. Was ich übrigens auch noch nicht wusste, weil ich bis jetzt das noch nicht aufkam. Und anscheinend ist es ein Prototypenprodukt für etwas, was gar nicht auf dem Markt ist. Also, wie kann es denn ein Prototyp sein? Das ist quasi nie rausgekommen, das Dings. Ähm, das ist ein ziemlich, ziemlich gefährlicher Gang, die du hast. Beinahe subversiv. Äh, ja, das könnte man tatsächlich schräg vor, nicht wahr? Das ist aber trotzdem gefährlich. Ähm, na gut, ähm, ich hab's aber leider schon jemand anders versprochen, also tschüss. Think fast. Never know when someone will come out of a bush, bolterpistol at the ready. Keep your voice down. Never know who might be listening. Äh, ja. Ähm, we're not going out of a bush, eigentlich. Nobody of consequence. Think of me as an archivist. I collect that which the corporations have dismissed as failures and try to sweep under the rug. Take the recalled Spacer's Choice Powerhead. It was a shotgun shell on a stick, apparently supposed to be used like a spear. Had a tendency to ream the user's torso with buckshot. Corps don't want the common man to know about screw-ups like that. Which is why I keep my actions decidedly in the shadows. Äh, äh. Also sie sammelt, also sie sammelt Fehlschläge der Konzerne, wie zum Beispiel für die Spacer's Choice Schocklanze, was quasi eine schrubstelten Patrone auf dem Stick war und die aber dafür gesorgt, dass die Leute sich halt das Ding durch den Rückstoß sich den, sich den Stab in die Brust reingehauen, was irgendwie ziemlich logisch ist. Was übrigens auch sehr viel wieder für diese Welt spricht, in der die Leute, in der halt irgendwie nur die, die Telefon-Desinfizierer irgendwie die Kolonie gegründet haben und keiner von denen besonders die Gänze. Da kommt man natürlich auf so eine Schnapsside. Wenn das halt kein Ding, der sagt, Junge, hör auf damit, dann kommt da sowas bei raus. Ähm, ja, du hast einen Kontakt mit dem Obstgarten? Ach ja, und sie sammelt solche Dinge und redet jetzt nicht so viel darüber. I did. Someone I paid to inform on the orchards after I heard murmurs of a prize here. For security reasons, I never learned much about my contacts. All I knew about this one was that they were a groundskeeper. But the one here is either senseless or acting very well. Presumably, whoever I was in Kontakt with was lying or they were found out and hurled off the side of Eridanos. It's a risk of the business. Ah ja, also der Obstgärtner, der hier ist, der weiß von nix oder ist ein ziemlich guter Schauspieler und wahrscheinlich hat sie fehlerhafte Informationen erhalten. Naja, gut, das war bestimmt wieder unsere Praktikantin oder aber die Person wurde vom Rand runtergestoßen. Sowas passiert ja auch. Das 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 passiert ja auch. Na gut, dann versuchen wir noch den anderen Typen kennenzulernen. Was ist das denn hier? Ernsthaft? Das sieht mir nach der falligsten Falle ever aus, oder? Da steht Groß-Risos. Was ist denn das da? Was ist denn hier? No more. Äh. Kann ich eigentlich Roboter sneaken? Man verhält sich das in der Richtung wahrscheinlich eh keine Gegner mehr kommen, oder? Warum sind die denn schwach still? Puh. Roboter. So, was hier schön ist. Wäre witzig, wenn das wertvolle Spektrum Brown hier, na Quatsch, die ursprüngliche Riesosflasche einfach auf dem Tisch liegen würde. Die scheiderte Pistole, die ich hier habe, ist ganz schön kacke, oder? Möchte ich mal so feststellen. Wo war es das gerade? Übrigens, sind das hier eigentlich so Westpüken-Dinger, die man theoretisch freilassen könnte? Na klar, die müssen hier drin ja auch das Viech herausbringen, ne? Na gut, ähm. Erkunden mal noch die anderen Richtung. Das ist ein bisschen dumm vom Quest-Design, dass der Anwalt direkt vorne steht. Ich meine, du redest ja auf jeden Fall von ihm. Wer lehnt da bitte schon die Quest ab am Anfang. Emily, die Unternehmerin Zimmerman. Äh, gibt hier so ein paar Blümchen? This way, hallo. Sie ist, äh, sie dachte, wir sind einer von diesen übermäßig grinsenden Leuten. Immerhin ist ihr anscheinend aufgefallen, dass die Leute hier ein bisschen zu viel grinsen. Das ist ja schon mal eine Beobachtung, die viele andere Leute hier noch nicht eingestellt haben. Und sie, das, äh, sie ist nicht so gut in kreativen Geschichten und sie versucht, sich einen Namen für ein neues Produkt von Glacial Age auszudenken, aber sie kann sich halt keine Namen ausdenken. Das nur, wir ihr helfen. Passiert so öfter, ich frage fremd nach Ratschling zu deinen Produkten. Warum? Damit wir mehr in dir aneignen und ohne mich dafür zu bezahlen? Nein, danke. Oh, okay. Well, I'm sure I'll come up with something. Eventually. Okay, die ist wirklich genauso, wie der Anwalt sie beschrieben hat. Ich habe die so und bestimmt gefühlt, dass du hier, äh, dass du hier nicht bei einer Urlaubsreise bist. Hell no! Who'd sightsee in a place like this? I'd nearly stepped on three Landmines and I just had to crawl through a hole in a hedge to keep myself from being crisped up by a mechanical. When you hear the word maze, do you typically think of instant death lurking around every corner? Because I sure don't. Close. I want what's in the center. You've heard of the competition, right? Whoever gets to the center gets a rare Rizzo's product and the chance to meet Halsey and Helen? My eyes on the rare Rizzo's product, namely the Spectrum Original, the first product Rizzo's ever made. I intend to reverse engineer it and make it Glacial Age's own. So you're just gonna steal somebody else's formula? I probably should have seen this coming by now. Ooh, this is dandy. I was not expecting any feedback from field testing before I'd even created the product. But I'll be sure to jot that down for future reference. All I need from my prototype is the original itself. Then I can start production. Oh, sie hat so'n, sie hat so'n, so'n singen in der Stimme rein. Also sie meint, dass sie genau das vorhat, was ihr, was ihr vorgeworfen war. Sie würde das Ding dann halt zu Glacial Age bringen, die reverse ingenieren das und dann kommt da halt, äh, machen sie ihre eigene neue Produktreihe. Wie auch immer, das markentechnisch hier funktioniert in dieser Welt, aber hey, vor allen Dingen, das ist, dann könnten sie doch jetzt andere Produkte oder geht's darum, ist es nicht irgendwie unerlich, den Original zu stehen, das eigene Produkt auszumachen? Toll. Naja, sie nennen das proaktiv. Also das ist das hier volles Recht. Das könntest du nur aus, das kennst du nur aus, aus Fernsehserien, das Wort unehrlich. Na gut. Ich versteh nicht, man, du bist die Einzige, du bist nicht die Einzige, die so einen Prototyp abgesehen hat, oder? Ich denke nicht. Ich habe ein paar Leute gesehen, wie aus dem Platz als, äh, ich. Einer ist ein Betrachter. Man kann es erkennen, mit dem Ruhm von Zigaretten, Blöden und Teuren. Man muss sich sensen, dass es ein Laufstück mit dem Original gibt. Auf Prinzip will ich nicht, dass er es bekommen. Auch kam eine Frau mit ein lustiger Blick in ihren Augen. Plain meinte, sie wollte den Preis, damit sie es auf einem Schiff. Naja, also sie meinte, der Anwalt, das kann sie ja gar nicht nachvollziehen, aus Prinzip will sie es nicht, dass er das Ding kriegt und die Sammlerin mag er nicht, weil das auf ein Regal zu stellen ist ja absolut sinnlos. Ich verstehe nicht, warum du meine Hilfe willst. Sie wirft nur Geld hättest wahr. Hey, wenn ein Körper nicht an R&D Team in was wie Monate hat, sie beginnt zu any Lieds that come her way. Ach, siehst du da? Biodegradable Bullets, warum nicht? Also sie meinte auf jeden Fall, dass sie schon seit Monaten ihrem A&D-Team nichts mehr zugearbeitet hat und dass sie eventuell bei ihren Aufnahmeprüfungen die hat sie zwar bestanden, aber eventuell gab es einen kleinen Fehler beim Test und dessen wurde sie falsch zugeordnet. Biologischer Borkun, ich liebe die Dinger, dieselbe Feuerkraft ohne Beweismittel früher oder später. Was? Du kennst es über Bows? Ich meine, das ist groß. Ich habe immer gedacht, meine Produkte waren Niche, die sind unpopular, unkennbar und unprofitable. Schön, zu hören, es ist immer so. Ja, tschüss. So, eigentlich, ich möchte mich daran erinnern, dass ich eigentlich immer noch den dritten Vorarbeiter suche. Der muss ja irgendwo hin sein. Ja, in der Tat. Gut, dass ich 5000 Schuss Munition bei habe, ne? Ich höre irgendwie auch noch Scraps. Hier kann man auch noch irgendwo reinkriechen. Woher denn das jetzt hin? Hä? Ist das nicht da, wo ich... Okay, jetzt habe ich mich gerade tatsächlich ein bisschen... Das ist hier die Außenwand, ne? Achso, das führt jetzt in so einen kleinen Bereich. Fand ich schön, dass es hier immer so eine Sitzecken gibt. Oh, okay. Hier kommt was anderes Zeug hier. Immerhin gibt es ja ab und zu mal Munition. Wie fair eigentlich, ne? Also, so richtiges Gefühl, mich zu verwirrt haben, habe ich übrigens die ganze Zeit nicht, ne? Okay, ist das hier? Oder was? Dann geht es hier quasi... Hier, geht es noch so weiter. Wo gehe ich da vorne? Durchkriechen? Das ist ja ein Ding. Nein, ich bin fast abgewogen. Naja, was soll's. Das ist hier. Das ist für jemanden, der gerade behauptet, dass er sich nicht verirrt hat. Bin ich gerade einmal unnötig zu oft im Kreis gerannt, ne? Da ist er, da ist er! Ne, das ist ein Hotelgast. Immer noch. Rätselheckenprotokoll. Der Schatz muss ganz nah sein. Ich kann ihn fast riechen. Also, ich könnte, wenn man nicht die Mund und Nase taub wären. Den letzten Tag habe ich nur Purpleberries gegessen. Anfangs war das ja ganz nett, aber irgendwie wurde es schwerer und schwerer, sie zu kauen. Wir haben das ja bereits zu sechs betreten für eine freundschaftliche Jagd nach dem Geheimnis des Irrgans. Aber nur ein Depp würde das wörtlich nehmen. Carter hat dafür gesorgt, dass wir uns ein paar Stunden verirrt hatten. Als Sidney und ein paar andere ruppig wurden, entschloss ich mich, ihnen zuvor zu kommen. Wenige Leute, mit denen man den Schatz teilen muss. Carter hat behauptet, dass das es nicht wert sei, dass man den Schatz teilen könnte, bevor ich ihn erschossen habe. Muss ziemlich fast häufig gewesen sein, wenn er dachte, dass ich auf den gleichen Trick zweimal reinfalle. So oder so. Ich bin ziemlich sicher gleich wieder auf dem Bein und suche weiter. Ich werde den Schatz finden und dann ist das Letzte, was ich tue. Warte mal, unser anderer Typ hieß der nicht? Carter? Carter Weynolz hieß der. Der andere Typ. Das ist ja nicht er anscheinend. Schön, dass er übrigens auf beiden Seiten this way steht. Ich habe übrigens nur 200 Minipacks bei. Das ist gar nicht so viel. Nachmeer Roboter? Oh fuck. Platzen wir hier? Wo kommt die denn wieder her? Die Leute, die ich auf keinen Fall erschießen wollte? Jetzt muss ich gerade ein bisschen wöp. Wöp, genau. Fuck. Nur nüt.